Warum sollte ich das sagen? Ähhhh, ja,ights above, egal So meine Lieben Freunde, Weihnachten war heute Früh im Jahr Und was ich mit dem ganzen Kram mache, das zeige ich euch jetzt. Meine lieben Freunde, ich grüße euch. Mein Name ist Tom und heute zeige ich euch einen großen Teil meines Businesses sozusagen. Denn neben meiner Malerei mache ich ja schließlich auch noch Skulpturen und modelliere und mache Abformungen davon. Und das zeige ich heute, wie ich das denn so mache. Mein Vater hat nämlich vor 20 Jahren oder so dieses Modell modelliert und hat damals schon Repliken davon hergestellt. Das hier ist die alte Form, schön mit Gipsaußenkappe und innen ist dann die leere Form sozusagen. Und zwar habe ich davon noch ein paar gegossen. Mit seiner freundlichen Genehmigung konnte ich die dann bei mir anbieten, um die neu aufzulegen sozusagen. Das ist die Silikonform. Und ihr seht schon folgendes Problem. Da diese Form schon 15 Jahre alt ist, vielleicht ein bisschen länger, ist sie natürlich gerissen. Und ich habe dann als erstes erstmal im Zickzackmuster versucht, das Ganze zu retten, um die noch so lange wie möglich benutzen zu können. Und das hat jetzt absolut sein Limit erreicht. Weil mit jeder Form reißt es ein Stück mehr und das bringt absolut überhaupt gar nichts. Und jetzt ist es an der Zeit, dass ich davon eine neue Form mache. Und zwar der ganze Kram, den ihr hier schon rumstehen seht, das ist alles, was ich dafür brauche. Ich habe extra ein neues Silikon gestellt, von dem ich noch nie gearbeitet habe. Denn entgegen aller gängigen Methoden wurde damals noch anders gearbeitet. Damals gab es noch nicht diese unendliche Bandbreite an Silikonarten und Gießkautschuppen. Sondern wir haben das dann einfach mit Baumarktsilikon, also ganz normalem Fliesensilikon nachgemacht. Funktioniert auch gut, ist aber nicht so haltbar und ist auch manchmal, kommt auch die Verarbeitung an, nicht so fein. Und zwar brauche ich ja nicht nur das Silikon und den Verdicker dazu, sondern ich brauche auch was für die Außenhülle, Gipsbinden in dem Fall, damit man nicht so eine unglaublich schwere Form hat. 25 Kilo Keramikgießmasse, super toll. Ich werde euch die ganzen Links unten in die Videobeschreibung packen. Noch ein bisschen Ton zum Abdichten und die eigentlichen Modelle. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich benutze hier Plattsil 7325. Das ist ein Silikon, was sehr gut zum Abformen, sehr feiner Details ist und ist halt leicht zu mixen, weil es halt ein Mischungsverhältnis von 1 zu 1 hat. Nichts ist ärgerlicher, wenn ihr das Silikon drauf habt, es dann, nachdem die Trockenzeit sozusagen um ist, es nicht wieder abgeht. Es nicht wieder abgeht. Shit, das geht nicht. Es geht nicht. Da habt ihr euch ja ein komplettes Modell versaut und das wollen wir hier unbedingt vermeiden. Also dafür benutze ich aus dem Baumarkt Vaseline Spray. Ihr könnt auch Babypuder oder zum Beispiel Mehl nehmen, Reismehl oder irgendwie sowas. Die Methode, die ich hier verwende, nennt sich Brush On Mold. Das heißt auf Deutsch einfach auf Streichform, weil sie halt initial mit dem Pinsel aufgetragen wird. Die allererste Schicht muss sehr, sehr dünn sein, damit wirklich alle Details erfasst werden. Und alle weiteren Schichten können dann wesentlich dicker erfolgen. Wie gesagt, 15 Minuten Bearbeitungszeit, das ist nicht viel. Gerade bei größeren Modellen ist es dann wichtig, sich zu behalten. Die erste Schicht habe ich ja jetzt gemacht, damit die ganzen feinen Details erfasst werden. Und jetzt kommt eine dickere Schicht obendrauf, damit man die auch richtig abziehen kann. Weil wenn man das jetzt machen würde, würde die ja reißen, weil sie einfach zu dünn ist. Dafür habe ich hier einmal Silikon von Dicker von exakt der gleichen Firma bestellt. Die Mengenangabe sagt nicht genau, wie viel da rein soll. Probieren wir uns das einfach mal aus. Meine lieben Freunde, für euch sind jetzt bloß ein paar Sekunden vergangen. Für mich war es ein ganzes Wochenende. Ich habe nämlich extra nochmal Silikon auf die Form draufgepackt, weil ich nämlich ein paar unterwürfige Stellen hatte. Und deswegen musste ich jetzt nochmal extra lange warten. Aber jetzt kann ich es euch endlich zeigen. Ganz wichtig, macht euch vertraut mit dem Ganzen, dass ihr wirklich seht, dass da keine unterwürfigen Stellen sind. Ansonsten ist es nämlich einfach vorbei. Hier war eine kleine Dämmel drin, die ich jetzt noch ausgebessert habe, genauso wie hier. Und wenn ihr nämlich danach die Gipsform draufsetzt, was ich jetzt machen werde, dann kriegt ihr das nachher nämlich nicht mehr ab. Aufgrund dieser Einkerbung. Es geht dann einfach nicht mehr raus, weil die Gipsform ist in keinster Weise flexibel, das allerdings schon. Und um jetzt die äußere Gipsform zu machen, die feste Form, werde ich Gipsbinde benutzen, einfach um es mal auszuprobieren. Wenn ihr keine Gipsbinde nehmen wollt, es gibt auch die Möglichkeit mit Flexiglasfaser etwas zu machen, was ich allerdings ein bisschen teurer finde. Das ist die kostengünstige Variante, wenn auch nicht so langlebig. Kommt davon, wie ist es behandelt. Wenn ihr normalen Gips anrühren wollt, könntet ihr es auch machen. Das ist mir allerdings ein bisschen zu schwer, weil man dann nämlich immer solche fetten Formen hätte. Mal gucken, wie es wird. Das ist halt immer relativ schwer. Das hier sind bestimmt 6 Kilo oder so. Das geht zwar noch, aber so wie man größere Formen hat, ist das einfach für mich zu viel. Also, das ist das Wig, Gipsbinde. Also, let's go. So. 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 Leute. Hier haben wir jetzt die fertige Außengipsform aus der Gipsbinde. und innen drin, das grüne, ist die Silikonform und das hier drin, das ist das Originalmodell. Ja. Jetzt puppeln wir das Ganze mal auseinander und schauen uns das mal so an. Das sind jetzt sehr solide. Das ist gar nicht so gut. Und dann mal wieder unser Uhr-Modell sozusagen, und das hier ist jetzt einmal nicht umgekrempelt mit der Silikonform. Es ist okay, so wie es ist. Es ist ja auch eine Krempelform, dadurch, dass es aus einem Stück ist. Es geht relativ schwer, weil ich das Silikon sehr dick gemacht habe. Das war bei der alten Form ein bisschen leichter, aber ist jetzt nicht so schlimm. Es ist halt wie es ist. Und da das Silikon jetzt ein bisschen dicker ist, kann man es einfach wieder umkrempeln und so sieht das Ganze dann halt von innen aus. Genau. Und das ist jetzt die fertige Form. Dann kommt es jetzt hier wieder rein. Ich habe mir hier einmal und hier einmal Striche gemacht, genauso wie hier und hier, damit ich sehe, wo die Form richtig sitzt. Und dann lege ich es rein und dann kann schon losgehen mit dem eigentlichen Guss. Die beiden Hüllen sind eigentlich ganz gut geworden. Ich überlege, die Außenhülle aus Gips noch ein bisschen dicker zu machen. Diesmal allerdings nicht mit mehr Gipsbinden, weil das ist einfach blöd. Der Nachteil an diesen Gipsbinden ist, dass sie leider bröckeln. Das heißt, ihr werdet immer so ein ganz bisschen Staub haben, der abbröselt oder hier und da mal. Das kann euch bei richtig angesetztem, angerührtem Gips nicht passieren, weil er einfach massiv als Block ist. Vielleicht ist es wirklich die Kombi aus beiden, dass man sagt, in Gipsbinde, damit man es relativ fein abformen kann und die Außenschicht dann nochmal aus angerührtem Gips, damit sich das gut verbindet. Weil in der Regel sagt man auch, wie gesagt, dass man Faser mit reinnehmen sollte, damit man extra nochmal die Stabilität bekommt. Und damit einem das nicht aus Versehen auseinanderbricht, wenn es mal einen Riss gibt. Weil das ist dann halt wie bei Steinen, das bricht einmal in der Mitte durch und dann könnte das ganze Ding in der Tonne prügeln. Das Auseinandernehmen von der Silikonform jetzt hier war natürlich dementsprechend hart, weil die Silikoninnenschicht relativ dick war. Die werde ich beim nächsten Mal auch ein bisschen dünner machen. Erstmal, weil das Silikon richtig teuer ist, nicht so schön. Aber Baumarktsilikon ist halt von der Qualität echt nicht feierlich. Aber ich weiß nicht, ich verlinke euch ja die Produkte darunter, könnt ihr euch angucken. Ich finde allerdings für zwei Liter Silikonkautschuk, wo man vielleicht, ich sag jetzt mal, drei kleine Formen von machen kann, 70 Euro ist ja ein Schimpfier. Keine Ahnung, vielleicht trage ich es auch einfach zu dick auf oder so, aber ich habe bis jetzt noch keine besseren Preise gefunden. Na gut, jetzt der nächste Schritt ist das Gießen an sich. Das heißt, ich werde jetzt die Figurengießmasse anrühren und dann schauen wir mal, wie es ist. Wasser. Ein Teil Wasser, vier Teile Figurengießmasse. Let's go! Eigentlich wird diese Figurengießmasse wie weiße Milch, wenn man es genau sieht. Anders als Gips, weil Gips wird nämlich ziemlich hart, also ziemlich zäh. Wohingegen das hier überall hinlaufen kann, wenn eure Form nicht dicht ist. Was ja hier in diesem Sinne kein Problem ist, weil das ist eine einseitige Form, da habt ihr keine Fugen, Risse, sonst was. Deswegen kann das nirgendwo hin. Guckt mal. Rührt das ordentlich durch, damit ihr auch ganz sicher seid, dass ihr keine Klumpen da drin habt, weil Klumpen sind das Schlimmste, was euch passieren kann. In diesem Sinne, wenn die nämlich an der Außenseite der Form sind, dann werdet ihr das in eurem fertigen Modell sehen und es wird dann halt einfach nach Bearbeitung brauchen, um diese Stelle zu kaschieren. Deswegen gleich gut durchmixen und dann seid da auf der richtigen Seite. Das ist so die Konsistenz ungefähr. Jetzt, da wir die Form voll gefüllt haben, seht ihr schon, ich habe ein paar Klumpen drin, ist jetzt nicht so schön, aber naja, es ist halt so. Und jetzt werden ein paar Blasen aufsteigen. Das, was ich hier mache, ist, dass ich die Form so lange anhaue, bis keine oder wenig Blasen mehr herauskommen. Denn das ist besonders wichtig, wenn ihr nämlich an der Außenhunde Blasen habt, dann werdet ihr die natürlich auch haben, wenn ihr nachher die Silikonform abzieht. Und dann habt ihr halt mitten im Gesicht ein Luftloch und das ist halt wirklich nicht schön. Deswegen, manche benutzen dafür eine Rüttelplatte. Für Resinen gibt es da zum Beispiel diese Luftkammern, die die Luft raussaugen, die die Luftblasen dann sozusagen aus dem Ganzen herausziehen. Aber hier würde es reichen, wenn ihr einfach nur ein bisschen schüttelt, damit die Luftblasen nach oben steigen und alles schick. So, gut. Jetzt lassen wir das stehen für 30 Minuten und dann gucken wir, wie es geworden ist. So, halbe Stunde ist um. Der Kram ist jetzt hart. Das merkt ihr auch daran, dass es warm wird. Also das wird locker, vielleicht bestimmt 30 Grad oder so, vielleicht ein bisschen mehr. Das Silikon kann das locker ab. Ihr könntet das Silikon noch in den Ofen stecken, das würde auch super funktionieren. Aber jetzt ist die Zeit, um das Ganze halt wieder aus der Form rauszuholen, damit ihr euer fertiges Replikat habt. Das, was ich im Folgenden bei der Bemalung gemacht habe, ist natürlich dann der Feinschliff. Ja, also ich habe hier das Ganze mit gebrannter Sienna grundiert, bin dann im nächsten Schritt dann das ganze Modell mit einer dünnen Wachsschicht abgegangen. Das heißt, ihr könnt das mit einem Pinsel auftragen, mit einem Tuch auftragen. Zu sagen ist es, dass diese Methode besser bei glatten Objekten funktioniert als bei sehr strukturierten, weil dann einfach zu viel Wachs gegebenenfalls hängen bleibt und es reicht wirklich eine dünne Schicht. Danach könnt ihr dann nämlich, wenn ihr das Ganze noch mit dem Tuch ein bisschen abgewischt habt, Grafitpulver auftragen, damit ihr nämlich wie einen frischen Metallglanz-Look erzielen könnt. Ja, also es wird natürlich dann tiefschwarz mit einem schönen Seidenglanz und zwar einfach Grafitpulver in jede Ecke der Skulptur bringen und danach entweder mit einem weichen Tuch oder mit sehr weichen Pinseln ein bisschen polieren. Das überschüssige Grafit wegnehmen und dann halt so lange polieren, bis es anfängt zu glänzen. Und das ist eigentlich schon alles. Der Look würde an sich schon reichen. Ich setze hier gerne noch ein paar Akzente. Das heißt, das Blatt wird noch in einem Goldton angestrichen und den Stein werde ich auch in einem Goldton halten, einfach damit man diese krassen, ein bisschen, naja, edel aussehenden Akzente hat. Zugegebenerweise ziemlich kühl. Aber hier fand ich das mal sehr, sehr schön, das mal auszuprobieren. Gerade auch mit dem Wachstum im Grafitpulver ist das eine Technik, die nicht so gängig ist. Ja, natürlich kann man jedwene andere Acrylfarben auch benutzen, wie ich das bei den Vorgängermodellen gemacht habe. Ja, ich werde einfach mal ein bisschen probieren, wie das so ist. Ich benutze hier Goldfarbe. Ihr könnt natürlich auch Goldblatt oder Schlagmetall nehmen. In jedwene anderen Kombinationen. In Bronze, in Silber, in Gold. Das würde aus meiner Sicht alles ziemlich gut passen. Bis zum nächsten Mal. Meine lieben Freunde, ich hoffe, die kleine Demo hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann folgt mir auch auf Instagram unter tobiart96 für mehr Skulpturen, mehr Bilder, mehr alles. Mal schauen. Ich denke, ich werde noch drei, vier Videos zu Skulpturen machen. Auch spezifisch nochmal auf die Bemalung eingehen, wie ich das mache. Vielleicht auch zu den Masken. Zu den Masken werde ich, denke ich mal, sowieso noch ein eigenes Video machen, weil da steht auch noch eine neue Silikonform aus, die die alte bröckelt nämlich auch schon. Und deswegen, denke ich mal, werde ich genau so ein Video nochmal zu den Masken machen. Also seid gespannt und schaut rein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.